Das Plattenlager, chaotisches System. Und ihr könnt wahrscheinlich nie ein Lager haben, was groß genug ist. Zwei, drei Mitarbeiter, die jetzt produziert sind. Wie nervös wirst du dann? Ich habe gelernt, entspannt zu mir im Laufe der Zeit. Wie viele Küchen produziert ihr hier? Ihr montiert die natürlich auch alle. Was habt ihr da für einen Einzugsbereich? Oben die Ausstellung. Das ist mein ganzer Stolz. Wir haben sieben Küchen, die wir da herzahlen. Modern und Naturholzküchen. An der Preis muss es letztendlich auch passen. Wir machen dir deine Traumküche.